So, was hab ich? Was hab ich denn? Ähm... Hä? Hallo? Was hab ich? Grüne und blaue Flossen. Hast du auch? Die fliegliche Flossen. Die hast du auch? Blau, grün? Aus Plaste? Ich auch. Komm mal her, guck mal her. Bei deiner Flosse ist ein Müllcontainer drauf mit so einem Metalkick, wo du Müll reinschmeißt. Bei dir auch. Bei dir auch. Bei dir auch. Bei dir aber auch. Also, ähm, Olli, ach Olli, Nico, du kannst dir, okay, wir haben keinen Köder mehr, ähm, du kannst dir aus den Kisten nehmen, was du brauchst. Äh, okay. Nimmst du jetzt einfach so auf oder machst du noch eine Anmoderation oder sowas? Nö. Äh, die Aufmer will schon dauern. Du hast halt eine Minute. Ja, irgendwie, äh, es lädt bei mir gerade noch ein bisschen nach. Ah, ist ja nicht so schlimm. Äh, Eisner. Haben wir wieder was? Ja, fünf Stück. Äh? Du musst sowieso deinen Haken jetzt mal einsammeln, Nico. Mein Haken, der ist weg. Ach nee, jetzt ist er wieder da. Linkgemaus, du hattest den ausgeworfen mit rechts und mit links holst ihn ein. Ja, ja, ich, ich weiß, wie im Ra funktioniert. Sicher? Ja? Ja. Nur, äh, das hat bei mir repackt, weil... Boah, Alter, ich muss wieder steuern. Wir haben keinen, äh, Müll mehr. Hier, nicht Müll. Wie heißt das? Plastik? Nee, das ist der andere. Äh, Metall. Schrott. Schrott. Schrott heißt es. Genau. Haha. Ähm. Joa. Die Insel hat mir ja schon komplett gelootet. Außer unter Wasser. Kommt der Arsch irgendwo? Na gut. Nö. Gibt wieder Essen. Ist der noch nicht. Ne, weil ich grad unter Wasser bin und ein bisschen... Ich glaub, die... Ich hab den gerade erzählt, halt. What the fuck? Was passiert hier? Wer, äh, lernt grad das ganze Zeug? Hast du... Ja, niekommt grad einfach... Hast du... Das haben wir extra nicht gemacht, weil... Ne, ich, ich dachte... Es ist gut, nix mehr lernen. Wenn ich mit Taten ankomme. Nein, nein. Ich mach nix mehr. Ich bin aus dem Buch raus. Läus. Vor allem Steinpfeil, hä? Äh? Wir waren doch schon auf Metallpfeile. Ne, weil ich... Ich... Ich dachte, es wäre nur, äh, für Charakter definiert. Ne, das... Das lernen wir jetzt alle. Ach so, ja. Und... Wow, mir ist nur um 80%... Du fängst aber grad an zu lecken, Nico. Du fängst aber grad an zu lecken, Nico. Und? Haha... Quote Frage, leckt Nico noch bei mir ein bisschen? Nein, er leckt auch bei mir. Hab ich ja grad gesagt. Okay. Ja, weil... Ich muss ein bisschen drauf achten. Bei uns zwei war es ja... Letztens schon so, dass... Wir nicht endlos lang zocken konnten. Ja, da ist ja dann dein PC warm gelaufen. Äh, geht's jetzt wieder? Jetzt geht's momentan, ja. Ja, okay. Gut. Äh, Darko, ich hab hier wieder eine Riesenmuschel mit reingehauen. Ich hab hier jetzt schon was gefailt mit dem, ähm, von der Leerrand. So, weiter lebt's. Scheiße, ich... Seit wann kann es regnen in nächstem Spiel? Ähm... Keine Ahnung. Hat's überhaupt schon mal geregnet bei uns, Darko? Einmal meine ich beim Sturm, ja. Okay. Da achte ich mir nie wirklich drauf. Nö. Naja, mein PC grad ist schon. So, ähm... Noch ne Riesenmuschel. Ähm... Merke ich ja auch in deiner Verbindung, sonst stell einfach doch die Einstellung bisschen runter. Ja, aber das Modell... Ich kann hier nicht allzu, äh, runterstellen. Ich, ich hab dich schon... Ich hab schon die Sachen... So, ja, warte mal. Das könnte ich vielleicht auch gut machen. Wasserqualität vielleicht auch gut. Naja, Hauptsache, ich hab 30 FPS, äh... Oder einfach das Spiel nicht aufnehmen, ja. So die beste Idee. Ähm... Ne. Ne. Na. Halt doch. Also, ich gelaufen jetzt schon. Wo seid denn hier überhaupt? Ich bin grad unter Wasser. Ich hab noch mal zwei Erzknoppen und ein bisschen Schrott gefahren. Weil wir jetzt das Boot, äh, mit Metall verstärken. Wegen dem scheiß Hai. Aua. Stimmt ja, der Hai ist auch noch da. Der Hai hat sich gerade bei mir gemeldet. Hilfe. Oh, hier ist noch ein Baum. Hüpp. Braucht ihr eigentlich noch Leben und so, oder hab ich dir davon genug? Uh, das musst du Darken fragen. Ich sag mir so, immer her damit. Boah. Kakai. Lass du mich verschont. Nimm Ike. Ich hab nichts mehr zum Einschmerzen, Ike. Ähm, ich hab hier noch zwei Kupfer. Das war's. Ich seh sowieso schon die nächste Insel. Von hier aus. Hä, wie denn das? Ach, da hinten, Tatsache. Oh. Genau, du schaust gerade in die Richtung. Ach, da, ja. Ja, ich seh's. Ähm, wo müssen wir noch? Hier ist noch eine Kiste zum safen. So. Wieso hab ich die Muschel noch? Du hast schon unter dem Beet gestalt. Äh, unter welchem Beet? Unter dem Essens Beet? Ne, noch nicht. Wir haben nur noch das eine. Ja. Das wäre so. Aber unter dem Baumbeet hatte ich ja ab. Ne, ich meine eher den Palmenbeet bisher. Ja, das war das erste was ich gemacht hab. Okay, danke. Und bei dem anderen, wo das noch hinkommt, noch nicht, okay? Ne. Das wäre das erste Mal, ähm, Verschwendung. Da hat Daco aber eben gelegt, oder? Ja. Okay. Gut. 10 Minuten aufgenommen, schon Daco's PC war jetzt. Also, Eisen ist hier unten und Schrott ist hier definitiv nichts mehr. Okay. Was ist da denn drinne? Daco, was hast du denn in den Ofen gemacht? Der ist sandend. Jetzt wahrscheinlich. Also für Glas. Ach so. Na, wollen wir zur nächsten Insel fahren, weil wir brauchen definitiv noch einiges an Schrott und Metall hier. Ja, ich hätte nichts dagegen, ne? Hab ich hier überhaupt nicht Serien aufgebaut? Ne. Nö. Daco, holst du, äh, Anker in? Wenn du sagst, wann? Jetzt. Hab. Ähm. Danke. Ah, Niko baute sowieso am besten einfach einen Speer. Weil unten, nur so kriegst du eine Mühe effektiv. Ja, ja, ja. Wo ist denn hier die Speere da? Ich guck jetzt grad, wo die Insel ist. Mag vielleicht hier zu blöd klinge, aber besonders wenn wir mit dem Boot fahren, bewegt sich so wenig wie möglich. Blank und Seil, oder? Was war das? Blank und Seil. Seil macht mal mit Dingens. Achter, also. Ähm. Das sind meine Essensecke hier. Da findest du nix. Aber hier habt ihr auch nix. Was haben wir nicht? Klanken und Seil? Ne, Klanken haben wir generell grad nicht. Ne, äh, wir haben richtigen Holzmangel momentan. Achso. Äh, du hast den Baum vergessen auf der Insel, aber egal. Naja, gut. Wegen dem Baum gibt's weiter. Äh, hi. Hier hi, hier hi. Die Planke hält auch nicht mehr lange. Ähm, wir fahren an der Insel vorbei, Ike. Ja, Moment. Ja, wir kommen direkt nebenan dran, also. Also, äh, Frage, was darf ich denn alles bauen? Alles. Ja? Ja. Ne, weil eben das ja forscht, war höchstwahrscheinlich auch falsch. Also, wenn du so viel eher reagiert habt. Was heißt falsch? Ne, ich war verwundert, weil auf immer oben rechts die ganze Zeit irgendwas durchgerattert ist. Ne, ich eh. Ähm, komm, ne, an die kommen wir nicht mehr ran scheiße. Was? An die Insel? Ne, an die Fässer, die dort schwimmen. Ich hab' auch nicht mehr dran über den Ballen. Usher, ja, ich hab' den Ballen. Ich hab' ihn mir gesagt. Das ist der Ballen. Ja, ich hab' den Ballen. Ja, ich hab' den Ballen. Ich hab' den Ballen. Heihei. Ich möchte ein Frühwarnsystem für sowas, Ike. Hab ich doch grad... Hab ich doch. Darko, Anker, jetzt. Ja, jetzt ist kein Frühwarnsystem. Äh, doch. Äh, nein. Äh, doch, in meinen Augen schon. Dann stimmt das mit deinen Augen nicht. Au, 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 au. Oh, hier um die Insel herum liegt auch wieder ein Haufen Blut. Das ist nice. Blut? Blut. L-O-O-T. Nicht Blut. Ich hab Blut verstanden. Ja, Blut wäre auch nicht schlecht, um den Hai abzulenken. Stimmt, ich muss ja schon wieder angeln. Ja, ich... Nächste kleine Info, Nico. Nur Fisch essen. Danke. Ja, natürlich. Also, ich hab doch nichts an... Okay, ich hab hier oben die nächste Kiste. Kannst du ja alles nicht wissen. Ich sag's jetzt einfach nur, bevor ich's wieder vergesse. Äh, haben wir schon das Rezept Fischeintopf? Ja. Ich hab grad die nächste... Ich hab grad die nächste Kiste gefunden und da war das Rezept drin. Ja, haben wir schon. Ne, generell einfach nur, weil die Früchte, ähm, brauch ich zur Weiterverarbeitung. Achso, und das... Darum am besten einfach Fisch essen. Achso, okay. Und das Rezept Karten und ja... Uh, da waren vier Bolzen drinne. Ähm... Da müsste wie gesagt genug gebratender Fisch drin sein. Niko, wir haben Bolzen. Soll ich dir so einen verbesserten, ähm, Haken machen? Weil mit dem baust du auch unter Wasser schneller ab? Jaaa, kannst du gerne machen. Wenn du magst. Ja, wir haben den ja halt schon. Da, da, gut roter Vogel. Mhm. Ähm, was brauch ich da für noch ein Seil? Krieg ich hin. Ike. Moment. Und... Sagt Bescheid, wann ihr tauchen geht. Ich hab für euch noch einen Köder gemacht. Dann habt ihr eine Zeit mehr ohne Haken. Ja, ich... Ich werd jetzt gleich tauchen gehen, weil ich brauch noch Schrott für den zweiten Haken. Ja, dann geht am besten Miko gleich mittauchen. Ja. Weil dann habt ihr maximal... Oder habt ihr genug Zeit. Achso. Was? Ob ihr Steine habt. Äh, hier hinten in der Kiste einfach reinlunzen. Warte, ich geh gleich raus. Ah, perfekt. Ich glaub generell für mich wird das jetzt wieder ein bisschen anstrengender, da essen zu kochen. So, also... Bis jetzt brauchst du eigentlich noch nicht auswerfen, weil bis jetzt werden wir noch nicht angeknabbert vom Arschloch. Nö, ich... ja. Ja, wie gesagt, sag dafür Bescheid, dann werfe ich ihn aus. So, jetzt hab ich das für Nico. Ich glaub ich sitzt ein bisschen zu tief, weil er fühlt sich ja jetzt vor. Nico? Komm mal her. Ja. Da. Komm mal gerne. Eik, hast du das ganze Eisen verbraucht schon oder? Ja, ist alles weg. Wie wärs, wenn wir immer ein Eisen übrig lassen, weil ich brauch nen Bolzen. Bolzen hab ich doch. Ich hab doch was aus dem Dicks bekommen aus der Kiste grad. Scharnier sind hier nur drin. Ja. Ja. Die hab ich doch mit mir da, Junge. Boah. Du warst doch schon wieder hier. Da, ein Bolzen. Danke. Rest kostet extra. Und zwei Schrott. Bevor du abhaust. Ähm. Hab ich nur noch einen, bitteschön. Hab den zweiten Schrott, warte ich komm nochmal rum. Ähm. Hier ist ein Loch. Dann hat er da gerade was rausgeräumt. Ja, ich weiß. Hier. Da, zweiter Schrott. Danke. Du Schrott-Sammler. Nee, nicht zweiter Schrott. Zwei Schrott. Egal, den letzten ruhig mir selbst. Nein, ich hab dir doch schon einen hingeworfen gehabt. Ja, drei insgesamt. Na, dann warte. Ich bin hier, dann mach den Köder fertig, weil der Hai hat mich angeknabbert. Wo bist du denn jetzt? Oh, Köder ist rausgeworfen. Da. Jetzt müsstest du drei haben. Jep, danke. Ein Holz und drei Seil. Oh, und ein Seil. So, ich hab wieder zwei Metall-Erz. Äh, hier Seetang, damit man Nico noch ein paar Flößchen machen kann. Oh. Ja, du kriegst alles das, was wir auch haben. Joa. Brauchen wir eigentlich noch diese Riesenmuscheln? Ich hab schon wieder eine. Wofür sind die überhaupt? Bisher wissen wir nur, dass sie für ein Nest sind. Ja. Also für ein Vogelnest. Irgendwie funktioniert das nicht. Deswegen lass mich doch endlich mal weiter in die Höhe bauen. Dann kann man nämlich irgendwo hochgelegenes Vogelnest machen. Ja. Aber ich darf ja nicht. Hä? Ich... Du hast... Ich bin jetzt wieder dabei. Ja, du hast dich... Erst hast du gesagt, ich soll das Boot mal in die Höhe bauen. Dann hast du dich oft gerät, dass ich in die Höhe baue, weil wir kein Holz mehr haben. Ja, guck, das ist ja der wesentliche Unterschied. Wir müssen doch erstmal alles Normale am Laufen halten, bevor man was erweitern kann. Und jetzt sagst... Und wenn das halt... Ja, aber warum sagst du dann erst, bau doch endlich mal in die Höhe. Scheißsei, verpiss dich. Äh, bau doch erstmal... Bau doch erstmal in die Höhe und dann in der nächsten Folge widersprichst du dir, weil du sagst, wir brauchen das heutige dies, das jenes. Dass ich dann nicht mehr in die Höhe bauen soll. Ja, weil wir es jetzt auf einmal für was anderes brauchen. Ey, das war 30 Minuten später, Darko. Wo du das gesagt hast. Woher kann ich wissen, dass die eineisenbaren fünf Holzplanken verfrisst, okay? Dann mach doch noch mal so ein Dings hier, so ein... Hier, Baum... Na, du weißt schon, was ich mir erinnere. Sag mal, ist der Köder schon weg? Ja. Ich bin ja die ganze Zeit beim Angeln, um den Nächsten zu holen. Der ist jetzt schon zweimal angeblich, aber der... Ich sag's nicht. Der böse Hai. Ähm... Übrigens, Eyck, hast du den Bauhammer zufällig? Irgendwo ist doch noch einer. Okay, ja, ich mein nur, weil das Dings halt... Weil hier ein Loch ist. Nein. Gut, ich hab grad in die Augenwinkel gesehen, wie jemand das weggemacht hat. Ja, dreimal darfst du raten, wer... Der Hai. Der Hai, genau. Äh, da kann Darko dann ein paar Flösschen herstellen. Boah, ist mir warm, ey. Das, das, das... Schon wieder Muscheln... Äh... Ich will langsam die Schnauze voll davon. Ähm, hast du noch Eisenerz? Ich hab grad zwei Stücke reingemacht. Das waren die einzigen zwei, die schon da, was er gefunden hat. Und hier in der Kiste... Die im Kupfer... Hier ist dann noch ein Bauhammer drin. Okay. Ähm... Ja, du findest halt hier jetzt auch nichts mehr unter Wasser. Außer Steine und Lehm. Au. Ja, ich, ich probier nochmal nach... Dings zu angeln. Äh, noch einen weiteren Fisch. Ne, brauchst du ja nicht, weil ich find hier halt nichts mehr außer die normalen Ressourcen. Geh doch mal auf die Rückseite der Insel. Vielleicht dort. Ich bin schon drum rum geschwommen und da ist überhaupt nichts. Da bin ich ja das erste Mal angeknappert. Ach du Scheiße, das stimmt das viel. Äh, je tiefer du gehst eigentlich, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. Die sind ja meistens halt diese... Ähm, nicht unten auf dem Grund, sondern an der Wand. Okay. Bin ich... da bin ich rum geschwommen. Heißt das einfach nur eine Scheißinsel. Ne, ich weiß, woran es geht. An Darko. Weil ich Eisen fresse oder warum? Der Einzige, der Eisen braucht und verbraucht, ist Ike. Machst du dann mal die zwei hier? Und nach den... Nach den zwei nochmal zwei, dass wir da die Flossen machen können. Ja. Aua. Ey, mir geht das hier gerade alles auf den Sack. Ich hau die Federn jetzt mal ganz woanders rein. Weil irgendwie, die nehmen am meisten Platz hier gerade weg. Mach. Plaste... Oh Gott. Die Federn hau ich hier in die letzte Ramschkiste rein. Soooo... Soooo... Haaaaa... Hahaaaaa... Haaaaaaa... Haaaaaa... Hm... Eiko oder Darko, hat einer von euch noch ein Seil im Inventar? Warte, kann ich dir gleich machen? Ich habe ein bisschen Grünzeug. Oh, okay. Oder zwei Palmen vielleicht auch. 1, 2, 3, 4... Gut, er kommt! Eiko... Ja, danke. So, wo ist das jetzt? Danke! Danke, perfekt. Jo, jo. Wollen wir weiter oder wollt ihr euch noch ein bisschen umgucken? Ähm, kurz am Horizont gucken. Irgendwo was. Ne, gut, dann mach ich mir noch ganz schnell ein neues Paddel. Meins ist gleich kaputt. Brauch ich noch sechs Kunststoff, zwei Seil. Äh, Kunststoff? Oder habt ihr Kunststoff? Aber alles hier drin, ist kein Problem. Okay. Ich stelle mich dann um. So, ähm, wer tut Ankerlichten? Ich. Du musst aber erstmal gegensteuern, weil sonst drehen wir uns wahrscheinlich komplett. Nee, den hat schon jemand gelichtet gehabt. Darum sind wir gegen die Insel gekracht. Hä? Nein. Nee, der war doch unten. Also wo ich unter Wasser war tauchen, war der Anker unten. Der war unten, ja. Nee, der war irgendwie über mir rum. Okay. Keine Ahnung. Sind wir an der Insel vorbei, also... Nein. Wir stoßen gegen die Insel. Wäre jetzt vielleicht leichter gewesen auf der anderen Seite dran vorbei. Go Ike, go Ike, go Ike. Ah, noch ein bisschen. Ja. Sind vorbei. Heißt. Oh, das wird knapp. Nee, ist schon was knapp. Das ist, äh... Oh, doch. Oh. Oh, 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 oh. Passt aber, haben wir uns nicht gedreht. So. Volle Fahrt voraus. Nee, wir haben leider keinen Motor. Das ist der Akkus schuld. Der steht so auf das biologische hier, deswegen das Holz. Das? Ist ihm immer der Akkus schuld. Bisschen wird laut. Hat der Holz. Hier. Nee. Auf den Tisch. Oh, Nico, sag nicht, nee, du hast Holz. Nee. Nur in meinen Träumen. Ah, hier liegt dein Glibber. Äh, ja, du kannst auch Flossen herstellen. Warum sollte ich? Ich hab nichts im Inventar. Ich auch nicht. Du hast Glibber bestellt, also kriegst du Glibber. Ich hab jetzt von der Insel maximal noch ein paar Früchte im Inventar. Aber nicht die Beeren, oder? Was für Beeren? Ich hab Bäume gefällt und da von den ganzen Schmari-Pari bekommen. Nein, ich mein meine Beeren. Ich suche ja immer noch diese Beeren. Ähm, hat der von euch eine Flasche für mich zum Trinken? Ja, die muss er herstellen. Äh, ja, und da fehlt uns Glibber noch irgendwas. Äh. Oder Plaste reicht auch einfach. Für ne Tasse. Nein, die Tasse. Achso. Die reicht voll und ganze aus. Nächste Insel voraus. Ja. Niko, ich brauch das Holz. Das weißt du hoffentlich. Nein, jetzt ernsthaft. Ich bin der Einzige, der hier tonnenweise Holz frisst. Ja, ich darf ja nicht weiterbauen. Ja, Moni. Ich brauch, ich brauch Moni. Ey, ganz ehrlich, Eik. Du beschwerst dich, dass du Eisen willst. Damit du weiterbauen kannst. Und Eisen frisst das Tonnen an Holz. Das Eisen ist ja, ähm, für den, äh, Boden. Ich, ich brauche 10 Holz. Wer hat jetzt hier versucht, Holz zu snacken aus dem Wasser? Ich. Äh, da, hier, äh, Dings. Niko, hast du schon mal 7? Oder Darko? Je nachdem, wer schneller ist. Das war jetzt eigentlich meine Intention. Ne, ich hab schon 6. Wofür brauchst du überhaupt 10 Holz? Jetzt muss es sehen. Nichts wirst du sehen. Doch. Du kannst einholen, Darko. Nein. 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 Ey, guck mal, dein Freund ist da. Ne, ne. Das ist nicht mein Freund von Channel Fahre. Holz. Wot. 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 Da, Nico, hast du ein Fass für dich. Willst du denn eine große Anbaufläche bauen? Ne. Kostet ihr die 10 Holz? Ja. Oh, jetzt habe ich 18. Besser als 6. Oh, jetzt habe ich 20. 20. Ne, ne. Ich will was anderes. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Willst du ernsthaft einen scheiß Sägel bauen? Ne. Brauchen wir ja auch nicht. Ja, und da sein Hinterton, ne, habe ich abgelesen, dass er eins bauen will. Quatsch, nein. Ich rede nur nicht so verspenderisch mit uns im Holz rum. Nein, aber es ist halt echt so, deswegen sprechen wir uns immer meistens ab, was wir machen darum. Achso. Ja. Weil solche Sachen, wir haben es ja beim ersten Aufnahmeversuch getestet im Sägel, das ist einfach nur sinnlos. Das stimmt allerdings. Wobei, naja, ne, sinnlos ist es nicht. Du musst halt nicht jedes Mal ein neues Paddel herstellen. Das mag sein, Ike, aber du weißt selbst, dass, ja, gut. Wir haben es dann meistens wieder abgebaut, wieder neu hingesetzt. Ja, weil es im Weg stand. Oh, ne, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Gut, haben wir eine Nervensiege weniger. Nein. Ach, 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 ach. Er ist ja an drei. Ne, der Hai ist ja die eine Nervensiege. Achso. Und die Möwe. Oh, oh, was ist das gerade? Ey, aber das ist gerade eine Verarsche hier. Oh, hier fängt es mal an. Ah, schön. So, ich bin voll gefresst. Jetzt heißt, muss ich, äh, Kacka machen. Immer schön aufs Feld machen. Ja. Ja. Oh. Oh, du Arschloch. Oh, du Arschloch. Du musst ja nicht gleich beleidigen. Ne, ich meine das, äh, Fischvieh. Ich weiß. Genau das da. Narko, wofür brauchst du dein Holz? Wie gesagt, ich betreibe ja den Grill, die Öfen, dafür, das frisst, für jeden Barren, den ich da einlege, fünf Holz kann man gut ausrechnen, oder? Das ist keine Ahnung, oder? Das ist keine Ahnung. Doch, weil, wenn wir das Ganze, wenn wir genug Eisen haben, was ich angeschmotzen habe, kann eigentlich die ganze Plattform heilsicher bauen. Ja. Ja. Nett ausgedrückt. Ja, weil er an die nicht rangeht, der geht nur an das stinknormale Holzmann, der Arsch. Ja, ist auch gut so, weil sonst würde er sich an den, oder ist ja logisch, weil er sich an den Dingern den Zahn ausbeißen. Das soll er ruhig machen, ich hab da nix dagegen. Kannst du als nächstes dann, ähm, unter der zweiten oder dem alten Feld in Bursen die Sachen machen, Alk? Wenn ich genug Eisner und Nägel hab, ja. Weil dann kann ich da wieder ein Feld in Bursen bauen. Ja, kann ich dann machen. So, da kann man cool sein. Ich bin da grad schon am Erd zu fahren. Seil, äh, haben wir noch Nägel? Kannst du dir selbst, glaub ich, herstellen. Du brauchst dir zwei Metallschrott. Ja, Scharniere haben wir noch. Zwei Metallschrott? Ja. Scheiße. Oder zweimal Schrott einfach. Ja, ich hab nur einmal Schrott. Habt ihr noch irgendwie Schrott oder so? Ich hab noch was. Wir haben ja unter Boot tauchen. Da bin ich ja gerade. Also. Also ich hab da noch was im Inventar, ich kann dir dann ins geben oder sogar einen Nagel. Ja, passt. Ich hab sogar noch sechs Nägel, also. Oh. Wie? So, ich hab... Darko, brauchst du Holz? Ja, und ich hab nen Köder ausgeworfen. Ja, ha, 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 ha. Da, hier war gerade das Paket. Ja, sicher. Ich hab's. Okay. Hä? Keine Ahnung, das war ein bisschen absurd gerade. Ähm, bombisch, vielleicht mal Items wieder? Achso, ich hab wieder acht, äh, Eisenerz hier. Ah, danke. Achso, ich hab... Scheiße. Hä? Wie... Ich war mit Leben voll? Wie konnte der mich töten? Also, das muss ich in der Aufnahme reißen. Kriegst du Frage, wie bist du hier auf... äh, Video gespawnt? Wie? Oh, ich hab ein Glas und wieder Nägel. Einfach auf... Einfach auf Neustarten und respawnen. Ähm. Es geht eigentlich nur, wenn wir hier im Bett sitzen. Ich hab grad unter Wasser... Ich hab grad unter Wasser ne Kiste gefunden und gelootet. Jupp. Jupp. Äh, hier ist doch Eisen. Kann ich aber nicht abbauen. Because... Du brauchst diesen Angelhaken, mit dem du, Autsch, fischen tust. Das Holz aus dem Wasser abzunehmen. Äh, glaub der Köder ist weg. Ja, ich bin grad... Der Köder weg. Ich bin grad angeknabbert worden. Ja, aber ich... Ich will aber noch das Eisenerz hier farmen gerade. Es sind nämlich wieder vier Stück, die ich hab. Ja. Und nochmal zwei Kupfer. Jupp. Jupp. Scheiße. Meine Facecam geht gleich aus. Äh, wir sind jetzt schon 33 Minuten am Live aufnehmen, ne? Ja, ich mach gleich die Folge hier zu Ende. Hier sind wieder sieben Stück drinne, Dago. Zum Schmelzeri-Delzen. Acht Glas hab ich auch noch. So. Äh, die Bolzen hau ich jetzt... Ne, warte, ich will mir noch schnell einen Ersatzanker... Äh, Ankerseichen. Haken herstellen. So. Da ist dann noch ein Beutzel drinne... Okay. So. Untertitelung. BR 2018